Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Tutorial rund um Notion. Heute geht es um die Fragestellung, ob man wiederkehrende Aufgaben in Notion umsetzen kann. Eine Frage, die mir sehr häufig von euch gestellt wurde und ich heute in diesem Video beantworten möchte. Zunächst einmal, so einfach wie man das in Task-Systemen, Task-Management-Systemen wie Things 3 oder anderen umsetzen kann, einfach wiederkehrende Aufgaben einstellen, geht es leider noch nicht in Notion. Das wäre ein Wunsch für die Version 3.0, die ja hoffentlich bald kommt, das größere Release, wo man dann auch wirklich diese Funktionalität nutzen kann. Ich möchte euch heute aber zwei Wege zeigen, wie ich letztendlich mit Notion wiederkehrende Aufgaben umsetzen kann. Zum einen, ich mache einfach mal Test, wiederkehrend, zeige euch die Variante 1. So, ihr könnt das ja ganz normal anlegen in eurem Task-Management-System oder in eurer Task-Übersicht vielmehr und habt dann die Möglichkeit ja verschiedene Optionen, je nachdem wie ihr sie angelegt habt, die Properties entsprechend auszufüllen. Ich habe folgendes gemacht, ich habe einen Bereich Priorität, Due Date und so weiter und so fort, das habe ich in meinem ausführlichen Tutorial rund um Aufgaben, Tasks entsprechend euch schon gezeigt. Und was ich gemacht habe, ich habe eine Erweiterung bei dem Bereich Priorität hinzugefügt. Da habe ich also Prio 1, Prio 2 und jetzt auch wiederkehrend. Das habe ich bewusst nicht in Tags reingenommen, falls die Frage aufkommt, weil hier möchte ich ja meine Doings quasi, wann ich wie was machen kann, planen. Und wenn da immer nur wiederkehrend wäre und ich muss vielleicht eine wiederkehrende Tätigkeit eine E-Mail schreiben oder telefonieren, dann nehme ich mir genau diese Flexibilität, die ich ja nach Getting Things Done habe, zu sagen, ich habe für den heutigen Tag folgende Aufgabenbereich, Telefonie und ich sitze im Auto und kann gut telefonieren, dann kann ich diese Tätigkeiten mir aufrufen, anzeigen bzw. auch umsetzen. Das würde ich hier eben nicht empfehlen, sondern habe dann entsprechend gewählt, das in Priorität reinzunehmen und den Bereich wiederkehrend. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das im Grunde genommen, wenn es jetzt eine wiederkehrende Aufgabe ist, wöchentlich beispielsweise, monatlich, Gehälter wäre bei mir eine wiederkehrende Aufgabe, dass ich dem Steuerberater die Gehälter melden muss, damit diese pünktlich auch überwiesen werden können an die Mitarbeiter. Oder ich müsste einen wöchentlichen Call mit einem Kunden umsetzen, den ich hier immer wieder planen möchte. Dann kann ich das wie folgt machen. Normalerweise würde ich ja, wenn ich eine Aufgabe erledigt hätte, hier ein Häkchen dran setzen und dann verschwindet die quasi aus meinem Daily Dashboard oder aus dem Today Dashboard, wenn man so will. Und ich mache jetzt folgendes. Ich setze hier keinen Haken, sondern ich habe mir angewöhnt, die Priorität wiederkehrend so umzusetzen. Wenn die Aufgabe erledigt ist, klicke ich einfach auf Datum und gehe dann einfach auf den nächsten Zeitpunkt, wann die wiederkehrende Aufgabe stattfinden soll. Das heißt also, ich behalte sie eigentlich permanent offen, verändere hier nur jeweils das Datum. Das ist nicht die schönste Art, keine Frage, aber es ist eine Funktion oder ein Prozess, der schnell umsetzbar ist und wo man auch wirklich nicht den Überblick verliert. Klar kann man es mal vergessen, man setzt den Haken und die Gefahr besteht, gar keine Frage, weil die Funktionalität ist nun mal faktisch nicht da in Notion, dass ich wiederkehrende Aufgaben erstellen kann. Aber aus Erfahrung, ich mache das jetzt ein paar Wochen, kann ich sagen, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Eine andere Alternative wäre, ich setze den Haken und mache folgendes, ich dupliziere mir die Ereignisse, auf Duplicate, gehe hier rein und dann kann ich hier entsprechend das weiter fortführen und nehme dann einfach das entsprechende Datum, dann entsteht hier eine vollständig neue Aufgabe, hat den Vorteil, ihr könnt das Häkchen setzen und ihr habt die dann im Voraus manuell terminiert. Der Nachteil ist aus meiner Sicht, ich verliere vielleicht irgendwann den Überblick, wie weit habe ich im Voraus geplant. Wenn ich das natürlich richtig strukturiert mache, Monat für Monat und ich weiß, der Monat ist beendet, ich muss jetzt meine wiederkehrenden Aufgaben neu planen und je nachdem, wie viele das sind, finde ich das sehr, sehr anstrengend und da ist die Gefahr groß, dass man hier vielleicht die ein oder andere Sache vergisst. Aber es ist eine zweite Option, die man durchaus so machen kann. Aber für mich ist das nicht die produktivste, da ist mir auch das Potenzial, Fehler zu machen, hier entsprechende Dinge vielleicht zu vergessen, zu hoch. Und von daher fahre ich eigentlich sehr gut damit, dass ich mir diese wiederkehrenden Aufgaben zum einen anzeige und zum anderen weiß ich dann, okay, die ist erledigt, dann terminiere ich die für den nächsten Slot und dann ist das ganze Thema auch in meinem Aufgabenmanagement quasi nicht so inflationär, sondern ich habe für diese wiederkehrende Geschichte eine permanent offene Aufgabe, die ich dann aber entsprechend eben nicht abhake, sondern fortführe. Ja, das sind mal so die zwei Versionen, die ich euch kurz und knackig mal vorstellen wollte. Natürlich wie immer der Hinweis, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Wenn ihr Fragen rund um Notion habt, dann stellt sie gerne unterhalb dieses Videos und nutzt gerne auch unsere immer mal wieder stattfindenden Livestreams rund um Notion und andere Produktiv-Apps, wo ihr mir einfach eure Fragen stellen könnt, auch eure Gedanken einfach mit mir teilen könnt. Da würde ich mich sehr freuen. Schaut also bei uns in den YouTube-Kanal vorbei, abonniert diesen, drückt die Glocke, damit ihr auch entsprechende Hinweise bekommt, wenn das nächste Video erscheint. Das ist ganz wichtig. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Bis dahin.